Und jetzt haben wir das Thema der Sekundärmigration, dass Flüchtlinge, und wir sind uns glaube ich alle einig, sich nicht einfach aussuchen können, in welchem europäischen Land sie ein Asylverfahren durchlaufen. Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt. Das ist unser Auftrag und unser Anliegen.